Okay, herzlich willkommen zu Battlefield 3 mit dem alten Mann und seinen Dreikammeraden. Wir haben gerade einen Panzerangriff überlebt. Und ich glaube, ich bin mal ruhig. Also zumindest in der letzten Folge. Oh, sehr mutig. Ein Stuhl. Ich nehm's an. Oh, die Bank. Der Scheiß-G90 ist wieder da. Wir müssen das tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße. Burn, motherfucker. Alle Eingriffe unserer Politik. Er ist kaputt. Die feindliche Panzer brauchen Hilfe. Over. Bewegt euch. Weitere Panzer im Anmarsch. Und durch das Wasser. So, dann erstmal... Oh, 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 oh. Hier hoch. Ja, schiebt mich mal wieder ab. Drängelt nicht so. Hey, ich denke, ihr habt hier für Ordnung gesorgt. Ach, äh, halten. Los, los, los. Und jetzt? Ah, da ist irgendwas. Äh, da ist irgendwas. Alte rechte Maustasse. Irgendwie klappt das hier nicht so ganz. Das hat funktioniert. Ja, ich find gar nicht. Da ist noch was. Da kommt was. Uh, das war knapp. Da. Jetzt klappt's gleich. Komisch, komisch, komisch. Ach, das war's jetzt. Uh, Gott sei Dank. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss da runter. Hups. Uh. Runter. Und jetzt? Montes, Tempo und Medcovich. Ah, hier ist es interessant. Und jetzt? Medcovich nach. Au, 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 au. Oh, jetzt sind wir schon zu fünft. Schnell hier um die Ecke. Hier haben wir Schutz. Aha, wir müssen zu zweit weiter. Weiter. Gut. Und jetzt? Bäuerleiter? Bäuerleiter. Hau, rock. Ich bin schwer, ich weiß. Ich hab starke Knochen. Komm rüber. Ach, du schaffst das so. Oh, peinlich. Huch. Was war das? Hilf mir hoch. Ich soll ihm hochhelfen? Aha, hier, so geht das. Ein, zwei, ein, zwei und schrub. Oh, gut. Unbemerkt die Bank betreten. Äh. Ich geh da mal zu den anderen, ne? Na gut. Oh. Das kann dauern. Oben. Und jetzt? Durch das Klo. Ihr habt doch wohl ein Rad ab. Durchs Klofenster. Oder was das da ist. Bin drin. Mit der Ausrüstung. Na gut. Oh. Tatsächlich ein Klo. Und ein Leck. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn gedrückt. Ich hingucken. Äh, ja. Sicher. Jetzt soll ich das mit einem Messer machen? Messer. Noch ein Messer. Du bist dran. Ach so. Ich sollte mich hier drauf konzentrieren. Ich glaub, jetzt brauch ich nicht mehr Messer, ne? Ich schieße auch. Wir haben sie erschießt. Lass den Kopierer heilen. Der hat Geld gekostet. Da ist was hochgegangen. Mach das Bild scharf. Geh aus der Deckung. Geh in Deckung. Geh aus der Deckung. Geh in Deckung. Da oben. Da oben war einer. Sein Bein ist durchgeglitscht. Das blut auch. Interessant, interessant. Da ist noch eine. Na, halt still. Komm hoch. Das gibt's doch gar nicht. Kann man ihn... Der Feuerlöscher hält aber was aus. So, mal kurz um die Ecke gehen. Oh, Handgranate. Oh, Handgranate. Oh, Handgranate. Hier Zweck zwischen den... Zwischen der Einrichtung. Ich sehe gar nichts. Wo siehst du denn noch einen? Oh, ich hätte mich mal beeilen sollen. Oh, ich hätte mich mal beeilen sollen. Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gescheitert. Bitte nicht vom Messer. Bitte, bitte, bitte. Ich gebe mir Mühe. Ich verspreche es. Messer, du bist dran. Geh weg. Ich schieße es. Das hast du dir gemerkt. Was? Panzerglas. Wieder fast down hier. Wo ist er? Klar. Das ist noch einer. Gut, Ruhe. Meine ist schon so weit vorn. Ich komme hier gar nicht aus der Ecke raus. Da war was. Komm. Ich beobachte dich da oben. Da liegt er. Kann sie hier aber nicht sehen. Ich habe einfach nur aufs Münderungsfeuer gezielt. Aber ich habe mal eine Idee. Ja, das war ich. Ja, lauf mal noch hin. Idiot. Teambeschuss wird nicht toleriert. Ja, super. Ganz großes Kino hier wieder. Und wo kam der? Da oben. Wo ist mein zweiter Mann? Da hinten. Das ist unbeschießbar hier. Gut. Oh, das sind meine wieder. Leute. Woher soll ich das denn wissen, wenn da diese Markierungen nicht erscheinen? So, okay. Bisschen mehr aufpassen hilft vielleicht. Metropoliten Bank? Metropoliten heißt das, glaube ich, ne? Na, ist auch egal. Ja. Wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da? Übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn. Machen wir. Montes soll die Tür aufmachen. Na gut. Warum stellt er sich denn nicht da vor? Oh, hier liegt einer. Und Geld. Hm. Ich mach mir jetzt einen Banküberfall. Kamera. Will nicht gefilmt werden bei der Arbeit. Kommt nicht in Frage. Oh. Ach, die darf man nicht kaputt. Die muss heil bleiben. Aha. Tatsächlich. Ja, und jetzt macht mal hin, ihr Leute. Ich auch. Ja, ich weiß. Ich mach immer gern alles kaputt. Kann ich gut. Oh. Scheiße. Leertaste. 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 Oh, oh. Da sind wer. Nicht hingucken. Läuft mir ins Feuer und sagt, dem Team-Bischofs wird nicht geduldet. So, ich hab mal wieder auf. Links umgeschaltet, dachte ich. Sag mal. Geht das nicht mehr? Jetzt hab ich's wieder. Oh. Oh, Todesnutig. Oh, hier schwimmen die Trümmer in der Luft. Das Geld. Oh, schwäbendes Geld. Oh. Ich wollte aufpassen. Junge. Ja, ja. Aber die KI von Metal of Honor ist schlecht. Geh jetzt hier lang. Da ist wer. Ja. Ja. Da. Eine ist noch. Noch eine. Hier fliegt das Geld durch die Gegend. Hier fliegt das Geld durch die Gegend. Das ist nicht euer Geld. Uns aber auch nicht. Geh hoch. So, ich hab ihm ins Knie geschossen. War das schlimm? Ich muss Munition sammeln. Nun lauft mir doch hier nicht entgegen. Hier liegen sie alle rum. Ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Aber in der nächsten Folge. Nächste Folge hatte ich gesagt. Hier. Ich komme. Ich komme. Vielen Dank.